Was ist eigentlich der Apex? Das ist der Apex. Der Apex ist die Bruchstelle des Nagels bzw. der Stresspunkt des Nagels. Das ist die Stelle, wo am meisten Belastung draufkommt. Das heißt, wenn die Kundin irgendwo gegenstößt, kommt da der meiste Druck drauf. Egal ob Gel oder Acryl, an dieser Stelle sollte der Aufbau eures Systems am dicksten sein oder am stärksten bzw. damit der Nagel dort am stärksten ist und natürlich nicht brechen kann. Das war es auch schon mit dem Apex. Wie ihr damit genau umgeht und wie ihr das Ganze am sichersten gestaltet, dass der Nagel auch nicht bricht, darauf gehen wir in anderen Videos nochmal genau ein. Das soll es jetzt aber schon mal von mir gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Hier oben könnt ihr es abonnieren und hier unten geht es zu meinem letzten Video. Das war es. Ich bin raus. Euer Chris.